Guten Tag, liebe Zuschauer. Ohne weiteres Gerede eine neue Talk-Sendung, diesmal mit Uwe Steimle im dritten Jahrtausend. Ja, Uwe Steimle, was sind Sie denn jetzt? Wie bezeichnen Sie sich selber? Als Kabarettist, als Wortschmied, als Schauspieler sind ja verschiedene Funktionen, die Sie alle ausgeübt haben. Aber wie wollten Sie sich selber sortieren? Also Schmied ist schon mal nicht schlecht, weil ich habe auch Schmied gelernt. Guten Tag erst einmal, lieber Herr Pohlmann. Und ich habe Schmied gelernt in der Deutschen Demokratischen Republik. Und ja, also der Umgang mit dem Wort, das macht schon großen Spaß. Ich war in Mathematik nicht so gut. Also ich habe das nie verstanden wie so ein Kuss plus ein Kuss. Wenn zwei sich küssen, sind das ja eigentlich zwei Küsse. Das steigen schon hochphilosophisch ein. Mir macht der Umgang mit dem Wort großen Spaß. Also wenn ich heute zum Beispiel in der Debatte im Bundestag höre, dass Herr Brinkhaus gesagt hat, auch bei den Toten liegen wir gut. Das ist, also ich muss dazu sagen, Kabarett und Kabinett kann man ja fast gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Aber ich gehe nicht in die Politik. Wie ist das mit Geschichte und Geschichten? Geschichte besteht immer aus Geschichten. Und je kleiner die Geschichten sind, umso mehr hat man vielleicht den Eindruck, auch durch Kabarett zum Erkenntnisgewinn beizutragen. Und ich bin immer ganz berührt, wenn ich Menschen treffen darf, die mir Geschichten erzählen, die mich berühren. Und dadurch habe ich vielleicht auch die Chance, indem ich zu anderen erzähle, dass daraus etwas entstehen könnte. Ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja keiner, der dogmatisch sagt, das muss gemacht werden. Letzten Endes schmeißt man den Knochen in die Mitte, in der Hoffnung, es stürzt sich jemand drauf. Mehr kann man nicht machen. Aber Provokation gehört auch dazu, finde ich auch wichtig beim Kabarett. Aber es muss oder sollte immer sein, dass es den anderen nicht verletzt, also nicht bösartig. Für mich ist auch links, aber ich habe mal gesagt, es gibt kein rechtes Kabarett. Also es gibt rechtes Kabarett, aber kein rechtes. Da haben wir schon. Rechts im Sinne von richtig. Und das sollte immer dem Menschen zugewandt sein und das sollte immer herzlich sein. Da lege ich großen Wert drauf. Das heißt aber nicht, dass man mal draufhauen kann. Das ist ja auch ein Charakteristikum. Also ich erinnere mich, ich habe Sie das erste Mal gesehen, Sie mich wahrscheinlich nicht. Das war bei der Premiere von Sushi in Suhl. Und da dachte ich, da ist was geglückt, nämlich die erste gesamtdeutsche Komödie, die wirklich mit diesen verschiedenen Sachen spielt. Und hat Ihnen das damals, hat Ihnen das eigentlich, gibt ja diese geniale Szene, wo Sie da in der Parkbank draußen nach dem Spaziergang sitzen und sozusagen etwas, eine verunglückte Umarmung, die da, ist jetzt schwer zu erklären, muss man sich angucken. Der war auch noch bei der Stasi, der hat mich verpetzt, ja. Und ja, wie, das war, hat sie der Film, also mich hat er wirklich berührt, weil ich dachte, jetzt das erste Mal gibt es, dass man eben genau, wie Sie es eben beschrieben haben, mit den Leuten lacht. Es war ja ungeheuer sympathisch, diese Geschichte von dem Menschen dort zu sehen und nicht über ihn. Das war so ein bisschen wie die Ferien des Miss Hulot. Jacques Tati hat auch solche Filme gemacht, dass man immer mit den Leuten lacht. Obwohl sie grotesk waren, man hat sich nie über sie erhoben, sondern man hat sie geliebt dafür, dass man sie mit ihnen lachen konnte. Also erst mal freut mich das ungemein, wenn Sie das so empfunden haben und gesehen haben. Das war auch wirklich ein Anliegen. Da sind wir wieder mit dem Herzen dabei. Und wie soll ich das ausdrücken? Dieser Mensch, Rolf Anschütz, und das hat mich eben begeistert, der hat gesagt, wenn ich nicht raus darf, und wir reden hier von den 60er Jahren, in die Welt, da hole ich mir die Welt rein. Also fast ein philosophischer Ansatz, eigentlich ein Hollywood-Stoff. Und da hat er gesagt, wie mache ich das? Überkochen, Essen. Also diese Grundelemente. Und so hat er die Leute verführt. Man hat was über Japan gelernt. Er war auch schlau letzten Endes in der Diktatur. Und hat angefangen, das war ein Wahnsinniger, ein Verrückter, hat angefangen über einen Jena-Japaner, also einen Japaner, der in Jena studiert hat, sich ein Kochbuch übersetzen lassen für unglaublich viel Geld. 10.000 Ostmark, das war schon was. Da musstest du schon was hinlegen. Daran sieht man, der war besessen. Und dann hat er angefangen, Japanisch zu kochen. Und dann haben die natürlich hier in der DDR gesagt, ob der Mann geisteskrank sei. Man kann ja nicht Gelüste hervorrufen bei den Leuten. Und dann ist es gar nicht erfüllbar. Und irgendwann stellte man fest, ey, der kommt ja auch dort und aus der BRD. Und dann kamen die Japaner noch in sein Restaurant. Und dann kamen die richtigen Japaner. Und der Mann hat dann so gut gekocht, also man muss dazu sagen, in der DDR, wo es nichts gab, landete jeden Monat in Suhl ein Container mit frischen Zutaten von der Japan Fruit Corporation. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und das ist doch schon mal alleine Hammer. Und wie gesagt, der war so gut, dass das japanische Kaiserhaus gesagt hat, den lassen wir uns mal kommen. Und dann ist der Rolf Anschütz, und deswegen habe ich den Film gemacht und gerne gemacht, nach Japan geflogen. Und er hatte kein Visum mehr zurück. Niemand weiß bis heute, ob das verloren gegangen ist, ob man geglaubt hat. Ne, der kommt sowieso nie wieder. Ist egal. Er wollte zurück in seine Heimat. Und seine Heimat war die DDR. Und er hat gesagt, ich habe dort meine Familie und ich möchte dahin wieder zurück, wo meine Wurzeln sind. Und das fand ich deshalb so bemerkenswert, auch damals vom Mitteldeutschen Rundfunk, der das ja auch mit einem großen Anteil unterstützt hat. Niemand wollte den Film machen. Niemand glaubte an solche Geschichten. Und übrigens, irre, Karl Schmidt, der kommt vom Hessischen Rundfunk, der hat die Geschichte entdeckt. Also kein, nur von uns, sage ich jetzt mal, sondern jemand, der genau so ein Herz hatte und gesagt hat, ey, das ist doch so eine tolle Geschichte und die sollte uns Deutsche zusammenführen. Und es stimmt wirklich, es ist eine der wenigen Komödien gewesen, wo man miteinander lachen konnte. Und das ist für mich auch was ganz Wesentliches. Also deswegen bin ich kein Freund von Verstehen Sie Spaß? Es ist meistens Häme, niederste Instinkte angesprochen und ich brauche immer was fürs Herz. Und, ich sage es nochmal, der Mann ist wiedergekommen und darf man nicht vergessen, 1988 ist Rolf Anschütz, zusammen übrigens mit dem wunderbaren Rainer Rasbach, der mir viel geholfen hat, auch das zu ergründen, weil der war ja schon tot, der Anschütz, was das für ein Mensch war, weil es ist ja auch wichtig, was man auch für Dinge einbaut. Also, der hat eben dann beschrieben in seinem Tagebuch, dass er als Kind, der Anschütz, eine Amsel gefunden hat, die im Schnee lag. Und er konnte gar nicht verstehen, dass die tot ist, weil wir gerade bei Geschichten sind. Und da hat er die Amsel genommen, die war erfroren im Winter und hat die hochgeschmissen, aber die flog nicht mehr. Und da fiel sie wieder runter. Und solange sich Menschen Gedanken machen, fern von KI und all diesen Dingen, die uns bedrohen, ist die Welt in Ordnung. Solange solche Filme gemacht werden, und es gibt eine große Sehnsucht nach solchen Filmen. Und vielleicht kommt ja mal wieder jemand auf die Idee und sagt, Mensch, ich bin ja, also ich bin ja auch Schauspieler, ich habe seit zehn Jahren keine Rollen mehr bekommen, aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, wenn man Grimme-Preisträger ist, dann sind die Drehbücher schmal gesät. Also ich gehe damit nicht hausieren. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und wenn jetzt alles zu Ende ist, ist es auch nicht schlimm. Aber es ist schon merkwürdig. Wir gucken nach Russland und was es dort alles gibt. Es gibt ja bei uns keine Berufsverbote. Es gibt eben nur keine Rollen und keine Angebote. Kommen wir dazu. Also Sie sind ein sensibler Künstler. So würde ich das sagen. Das sind keine lauten Töne. Und Sie sind auch jemand, der fast auf der zarten Seite ist mit dem Humor. Und deswegen möchte ich Sie jetzt fragen, was ist denn die Gemeinsamkeit zwischen der DDR und der BRD in Bezug auf das Abräumen von Personen? Und wo liegen die Unterschiede beim Abräumen? Sie sind ja sozusagen, die DDR haben Sie überlebt, relativ gut. Und richtig heftig wurde es dann im Freien Westen mit der Arbeitsbehinderung. Also darauf will ich raus. Wie ist das? Also ich als Wessi habe ja einen bestimmten Blick da drauf. Also wir haben uns ja immer für was Besseres gehalten, weil bei uns gibt es keine Überwachung und man kann sagen, was man will. Und Meinungsfreiheit ist das höchste Gut und so weiter. Und dann stellt man fest, sozusagen kaum ist die Sowjetunion weg, gibt die Sowjetunion Leid mit Star-Spangled Banner und wir laufen hinterher. Aber für Sie ist es ja ganz konkret, ganz konkret gewesen, wenn Sie es beschreiben können. Also erst mal gab es in der BRD, wenn ich an Lehrer denke, die in der DKP waren, da gab es Berufsverbot. Die wurden gar nicht angestellt. Und das gab es letzten Endes auch dort schon. Aber es war natürlich nicht in dem Maße sichtbar. Da gebe ich Ihnen recht. Und zu meiner Person... Das war schon ein Thema. Also ich muss sagen, das war ein Thema, weil das hatte ja auch die Regierung Willy Brandt, die angetreten war mit mehr Demokratiewagen, hat das eingeführt, quasi als Konzession. Nach dem Motto, wir machen jetzt auf dieser Seite mit Ostverträgen eine ganze Menge. Aber wir weisen auch nach, dass wir sozusagen... Das war wie so ein Leckerli für die scharfen Hunde von rechts, was ihnen vorgeworfen wurde. Und das wird bis heute nachgetragen. Also wenn ich was schreibe über die großartige Außenpolitik dieser damaligen Regierung, die ja alles eröffnet hat und dafür auch Schwierigkeiten bekommen hat, bekommt immer dieser Vorwurf, dass es im westlichen linken Bewusstsein ist das eingebrannt. Also diese Schande der Berufsverbote, die ja in erster Linie sowas wie Lehrer traf, aber selbst Lokführer, auch der Lokführer durfte nicht bei der DKP sein. Aber Sie haben ja gerade was Wunderbares gesagt, Stichwort mehr Demokratiewagen. Heute müsste man ja fast sagen, mehr Diktaturwagen. Und jede Gesellschaftsordnung zieht die Zügel an, wenn die ökonomischen Parameter nicht mehr stimmen. Das ist mein Eindruck. Und ich sag mal, also ich hab ja mal irgendwann gesagt, in der DDR wurde sich um die Menschen gekümmert, aber die Häuser verfielen. Und hier ist es eben, ja genau den Rest muss man nicht dazu sagen. Also, dass es jetzt in einer Art und Weise aufgebrochen ist, zu sagen, der gefällt uns nicht, der muss weg. Es gibt ja auch sowas wie Feindesliebe. Und ich bin jemand, der jetzt nicht von vornherein sagt, das liegt an dem und weil die und der. Manchmal ist man es ja auch selber. Also was hat man selber getan, dass das auf diese Art und Weise dann gegipfelt ist. Ich bin aber jemand, der an das Wort glaubt und ich würde mich immer freuen, wenn das Argument siegt. Dafür ist es ja eben eine Demokratie. So, und also die Herrschaft der Mehrheit. Und wir haben in der DDR zum Beispiel gelernt, die Diktatur ist die höchste Form der Demokratie. Das hat uns der Herr Seime beigebracht, der Geschichtslehrer. Und da habe ich gefragt, wie kann das sein? Weil wir hatten ja die Diktatur der Arbeiterklasse. Und da hat er gesagt, naja, wenn alle einverstanden sind, dann ist diese Demokratie die Diktatur. Und das sehen wir ja jetzt. Also funktioniert doch wunderbar. Also es ändern sich zwar die Gesellschaftsordnungen, aber eben nicht die Menschen. Wer früher bläde war, ist auch heute bläde. Und wer früher anständig war, ist auch heute anständig. Auf was wir aufpassen müssen, wir als Menschen innerhalb dieser Gesellschaft, in der wir leben, wie wir miteinander umgehen. Und dieses größtmögliche Maß an Toleranz, Gedankenfreiheit. Also wenn das, was ich gesagt habe, so schlimm wäre, dann muss ich sagen, Leute, es ist einfach lächerlich. Ja, auch diese mittlerweile inflationären Vergleiche zwischen der Nazi-Zeit und den neuen Nazis. Ich musste heute in der Sächsischen Zeitung lesen, entschuldige, ich korrigiere vor zwei Tagen, dass es dann nicht heißt, falsch nach, dass Dresden eine überkodierte Stadt ist, weil sie sich so schön gemacht hat. Und das dient also für Filmemacher dazu, die Frage stellen zu dürfen, weil Dresden seine Architektur wieder gepflegt hat und aufgebaut hat, wie das alte Dresden war. Deswegen marschieren so viele Nazis auf. Und dass das ein Grund gewesen sein könnte. Und das hat mich natürlich erst ziemlich erbost. Und dann habe ich das rumgedreht für mich, weil ich versuche, diese böse Energie umzulenken. Das ist immer mein Schaffensmotiv gewesen. Und habe mir gesagt, na ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, weil dieses neue digitale Rathaus, was potthässlich ist und eine sogenannte Investorenarchitektur darstellt, das ist so hässlich, dort werden sich niemals Nazis versammeln und bombardiert wird es auch nicht, weil es so hässlich ist. Oder was ist die Aussage? Nazis wollen es schön haben. Also du kommst langsam nicht mehr mit. Und ich appelliere an jeden von uns, mich eingeschlossen, achtet auf eure Worte. Worte können manchmal mehr verletzen als Waffen. Weil Worte sind auch Waffen. Die überkodierte Stadt, was ist das jetzt wieder? Dresden ist bombardiert worden an einem Faschingsdienstag. Aschermittwoch war alles vorbei. Und wenn man bedenkt und weiß, dass für Dresden die Atombombe vorgesehen war, da muss man nicht weiterreden. Krieg als Ultimal Ratio, als letztes Mittel Fortführung der Politik, Klausewitz, dazu darf es nicht kommen. Deswegen plädiere ich eben immer dafür und sage, lasst uns reden, solange die Waffen nicht sprechen. Und ich finde mich ganz erstaunt, wenn es dann Menschen gibt, die sagen, der darf reden, der darf nicht reden. Der hat so viel geredet, also das, was der redet. Und dann bin ich, ich sage mal jetzt mal in meinem Falle, was ich ja nicht wusste mit der Sendung Steimles Welt, wir waren die beliebteste Sendung des mitteldeutschen Rundfunk. Das habe ich erst hinterher erfahren, nämlich in dem Zusammenhang, als über 53.000 Menschen eine Petition unterschrieben haben und gefordert haben über die Intendantin, Frau Dr. Carola Wille, dass doch endlich bitte die Sendung wieder laufen soll. Die sollen den Knatsch beenden, sich miteinander in der Demokratie ins Benehmen setzen. Und die Antwort war, sie hat doch oft nicht immer, sie hat einfach nur gesagt, der Mann ist illoyal. Illoyal. Illoyal? Inwiefern? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das dann, weil ich bin damit, Sie müssen sich das so vorstellen, lieber Herr Pohlmann, wenn Sie solche Dinge hören, das nagt an Ihnen, das ging bis hin zur Zersetzung bei mir, dass ich dann wirklich mich gefragt habe, naja, vielleicht liegt es wirklich an dir. Und was ist illoyal? Ich bin immer darüber gestolpert, bis mir ein Freund sagte, Uwe, das ist die höchste Anschuldigung, die es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt gibt, wenn du illoyal bist. In der DDR, wegen der Kodierung, weil sie gefragt haben, in der DDR hieß das, der ist nie auf Linie. Also, wir nähern uns diktatorischen Zügen. Ich würde jetzt niemals behaupten wollen, dass die DDR genauso schlimm war wie die BRD. Das war jetzt ein typisches Beispiel für die Entwicklung des Gedankens beim Sprechen. Also manchmal glückte das. Aber er war da, der Gedanke, und Sie haben ihn verstanden. Und es gibt garantiert jetzt wieder Leute, die sagen würden, was hat er gesagt? Also die wollen, das ist so furchtbar. Sie haben es ja verstanden. Ich würde gerne da reingehen, weil ich finde, das macht sie für mich aus. Das ist sowas auch typisch Sächsisches, so würde ich das jetzt wieder als Wessi sagen. Also das ist so, es ist gewitzt, und es ist aber nicht offen aggressiv, und es ist nicht ein Schenkelklopf lachen, sondern das kommt so um die Ecke, und es hat oft einen Zeitzünder. Und es beschäftigt sich sehr, also man kann eben Menschen zugucken. Wenn ich ihre Kabarettgeschichten, dann sehe ich, also sie spielen ja auch Leute, und ich fand das, als ich dann hörte, dass sie jetzt aussortiert werden, dann habe ich tatsächlich nicht mehr verstanden, warum. Weil sie ja keine plakative, politische Position beziehen, sondern eigentlich immer so, sozusagen immer der, in sich das Gegenteil bereits tragen. Also das würde ich fast dialektisches Kabarett sagen. Ja, genau. Ja, Polt, Hildebrandt, das sind die Leute, also meine Vorbilder. Volker Pispers, Georg Schramm, das sind meine Vorbilder. Haben die eigentlich was gesagt dazu, von denen, die es noch gibt, als sie abserviert wurden? Gute Frage. Nö, nö. Na gut, Werner Fink lebt eigentlich nicht. Gerhard Polt, der wird mich gar nicht kennen, keine Ahnung. Und darf man auch nicht das überbewerten. Wissen Sie, wir sind ja alles Autisten irgendwo und auch, ja. Einer hat sich... Ich würde aber die Solidarität der Autisten schon einfordern. Einer hat sich wirklich zu mir gestellt und dem bin ich auch sehr, sehr dankbar. Wobei ich sagen muss, für mich ist der Mensch immer noch wichtiger als der Künstler. Also ich sage immer, wenn jemand ein toller Mensch ist, ist mir das zehnmal lieber, als wenn er ein toller Künstler ist. Andererseits muss man auch sagen, wenn jemand ein großartiger Künstler ist, muss er nicht auch noch ein guter Mensch sein. Also, das weiß ich nicht, weiß ich keine Ahnung. Aber der sich eingesetzt hat für mich, der mich verteidigt hat, der auch kritisch mit mir umgeht, bis hin auf der Bühne, wo ich dann zum Beispiel die Nation verteidige und der sagt, die Nation interessiert mich überhaupt nicht, mich interessiert nur Bayern. Wunderbar, aber das macht eben Spaß. Auch diese Lust am Denken, das Fabulieren, auch bis dahin gehend mal zu sagen, Entschuldigung, du hast recht, das ist mir rausgerutscht, das habe ich nicht so gemeint, aber das ist ja alles gar nicht mehr möglich. Also diese ständige Korrektur, was darf ich, was darf ich nicht sagen, macht aus uns Krüppel, geistige Krüppel und führt, möchte ich auch fast sagen, zu einer Verarmung des Lebens. Und der Mann, der mich ungeheuer da auch verteidigt hat und bis dahin gesorgt hat, dass ich in der Sendung auftreten durfte, viel riskiert hat, ist Helmut Schleich. Muss ich sagen, also aus Bayern kommend, er kommt eher aus der katholischen Ecke, ich komme nur eher aus der linken, sage ich jetzt mal, und trotzdem geht das. Also ich habe auch viele Katholiken kennengelernt, die links denken und umgedreht Linke, die katholisch sind. Also es gibt letzten Endes alles auf dieser Welt und das ist doch auch das, was es reich macht. Und solange mich niemand vom Gegenteil des Lebens überzeugt, dass er schlecht ist, dass er bösartig ist, dass er anderen Menschen nach dem Leben trachtet, höre ich mir das erst mal an. Das ist für mich ganz wichtig. Also Toleranz ist keine Einbahnstraße, die da heißt ich, 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 um nur einige zu nennen. Sie haben ja mal das T-Shirt gehabt, mir ist hahn mir, sozusagen mit Russisch. Also mir, was ich wunderschön habe, wusste ich nicht, ich habe ja mit Russland, dass das Welt heißt, Unfrieden. Ja, und Wald heißt es nämlich auch. Ja. und die Russen haben eine unglaubliche Affinität, eine Verwurzelung, mütterlich in Russland, das ist für die. Deswegen, jeder, der versuchen sollte, in Russland eindringen zu wollen, lasst es einfach. Keine Chance. Keine Chance. Wir haben eine unglaubliche, und uns Deutschen sehr nahe als Nation, weil sie haben auch so eine gewisse Melancholie, Schwermut. Ja. Also, niemals Russland zum Feind. Bitte? Könnten wir jetzt auch aufmachen. Ich will noch mal zurück. Nein, das ist für nichts entschuldigend. Mir, es war mir, das war so, die Bayern haben sozusagen so was Ähnliches, die sind auch in erster Linie Bayern. Ich habe also von, zum Beispiel von jemand erfahren, der hat einen CSU-Abgeordneter, einem linken Abgeordneter, Informationen gegeben, weil es wichtiger war, dass sie beide Bayern waren, als dass sie im Bundestag gegeneinander stehen. Also, das war so ein Beleg dafür. Also, es gibt so was Renitentes auch da drin, was ja sozusagen jede Art von Ordnung so ein bisschen untergräbt, was es wieder menschlich macht. Und sie haben aber, sie haben, glaube ich, das T-Shirt sogar an. Das war dann ja eines der Skandalons. Genau. Ich habe es Kraft durchfreundet. Skandal. Skandal. Und da würde ich gerne jetzt auch mal drüber reden, weil ich kannte diesen Satz, aber gehen wir mal anders vor. Also, es ist in Fraktur geschrieben und das ist ja sozusagen so, wie Sie gesprochen haben, ist es ein Spiel mit der Mehrdeutigkeit, was Sie da gemacht haben. Erklären Sie es mal. Weil es ist natürlich, die Mehrdeutigkeit wurde reduziert auf eindeutig, wurde ihnen angeklebt als falsches Etikett, um sie auch beseitigen zu können. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe jahrelang überlegt, Mensch, also weil mir das toll gefallen hat, mit diesem Storch Heiner und Thor Steiner. Mich hat dann auch mal einer angesprochen und hat gesagt, sagen Sie mal, Sie tragen hier so ein Thor Steiner T-Shirt, damit sind Sie wohl recht da. Bekennen Sie sich? Ich wusste gar nicht, ich wusste es wirklich nicht. Und dann denke ich immer, sag mal, wenn ich es jetzt Pionierhalstuch umbinde, heißt das, ich bin Pionier und will die DDR wieder haben. Also diese verknappten Rückschlüsse, wo ich immer denke, bei dir sind die Synapsen zu straff gespannt oder was. Bleib doch mal locker. Was könnte dahinter stecken? Immer dem anderen. Man könnte auch sagen, was ich denke und tue, traue ich anderen zu. Und da habe ich überlegt, was könntest du machen? Was könntest du machen? Weil mir das gefallen hat. Eben, verführen. Und auch beim Partner zu sagen, wie assoziiert der das? Was meint der damit? Also provozieren, aber auch verführen, aber nicht bösartig. Und ich war mir aber nicht ganz sicher, mit Kraft durch Freunde. Und da bin ich zu meinem Freund, Walter Niklaus. Walter wird in diesem Jahr 96. Und ich muss dazu sagen, ich muss ein bisschen ausholen, weil ich, wie gesagt, auch manchmal Rat brauche. Und ich bin irgendwann mal mit Walter befreundet. Walter Niklaus, muss ich dazu sagen, ist vielen hoffentlich noch bekannt. Er ist der DDR. Er hat mit Armin Müller-Stahl das unsichtbare Visier gedreht. Da war er der Bashen, der CIA-Agent. Und diese Filme sind dann später unsichtbare Visier eingestellt worden, weil die Staatssicherheit so viel, heute würde man sagen Input, also Material geliefert hat, dass die gesagt haben, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir unsere eigenen Leute schützen können. Und die beide haben zusammen gespielt. Und Walter Niklaus ist einer der besten Synchronsprecher und Schauspieler in der DDR. Heute fast vergessen, weil er immer bescheiden war, hat über 400 Hörspiele beim Mitteldeutschen Rundfunk gemacht, noch nach der Wende, 96. Und den habe ich irgendwann mal gefragt, weil Walter hat nur ein Auge. Und wie fragt man auch, wenn man befreundet ist, jemanden, also ich habe da eine gewisse Scheu. Und ich wollte das aber wissen, weil ich neugierig bin. Und habe dann irgendwann mal, wir waren auf einer Autofahrt, zwei Stunden, und da habe ich gefragt, Walter, ich frage dich jetzt mal, bist du mit nur einem Auge geboren oder ist da was passiert? Und der war fast wie froh, dass er gefragt wurde, dass sich dafür jemand interessiert, wie auch immer. Und hat er gesagt, nein, das ist passiert. Ich sage, darf ich fragen, wie das passiert ist, dass das bloß noch ein, und dann sagt er, ich sage dir das. Ich sollte an die Ostfront und mir haben Freunde gesagt, wenn du noch ein halbes Jahr rauszögern kannst, dann lass dich zum Offizier ausbilden, dann bist du erst mal weg vom Schuss. Im wahrsten Sinn. Im wahrsten Sinn. Und das hat er gemacht und war dann ein halbes Jahr weg und seine Prüfung, ich glaube der erste Dienstgrad, ich bitte mich zu korrigieren, ich weiß das auch nicht so hundertprozentig, aber Walter sagte es, war Fahnjunker und die Prüfung war, erstürmen einer Anhöhe, und er sollte die führen, es waren 42 Mann oder 40 Mann mit ihm als Zugführer dabei, was er aber nicht wusste, oben sitzt der Russe mit dem Maschinengewehr. Ich sage, und dann? Ich sage, und dann? Sagt er, und dann? Dann sind wir los. Euer Befehl. Ich sage, und dann? Sagt er, die 40 Mann sind alle tot und mir hat es durch den Querschläger das Auge ausgeschossen. Und den frage ich, Walter, kann man das machen mit Kraft durch Freunde? Dann sagt er, freilich kannst du das machen? Das ist doch lustig. Außerdem ist, also das ist doch intelligent, weil man drüber stolpert und nachdenkt und Mensch, was kennt ihr da mit? Das ist doch lustig, ist doch klar. Und darum geht es ja, Kraft durch Freunde, durch was sonst. So. War ich mir aber immer noch nicht ganz sicher. weil ich auch schon gebrannt war. Irgendjemand hatte mich als völkisch-antisemitischen Jammer-Ossi. Ich weiß gar nicht, woher die ihre Quellen haben. Und die Zeitungen bauschen das dann auf. Und wenn du dagegen vorgehst, weil du sagst, ey Leute, ich bin kein Antisemit, dann sagen die, ach, er wehrt sich. Also muss doch was sein. Also wo du auch denkst, sag mal, was passiert hier eigentlich? Und ich gehe ja nicht so ran, dass ich als erstes mir etwas zurechtlege, damit ich im Zweifel sofort eine Paroli bieten kann. Weil ich darauf vertraue, dass der, der das liest, sich damit beschäftigt und nicht bösartig ist. So. Und da habe ich meinen Freund Uwe Chobala im Shalom. Das ist das jüdische Restaurant in Chemnitz. Kann ich sehr empfehlen. Schmeckt wunderbar. Dort, also, es gibt nichts Schöneres, als wenn man beim Essen sich näher kommt. In allen Kulturen. Und da hatte ich ein bisschen Schiss. Ich dachte, Mensch, kann man das machen? Und da habe ich das angezogen. Und der hat so gelacht, der Uwe. Da ist der an seinen Tresen, der ist Gastronom, hat mir eine Flasche Eierlikör auf den Tisch gestellt und hat gesagt, das ist wunderbar. Und auf der Eierlikörflasche steht drauf, kauft beim Juden. Das ist mein Humor. Ich weiß gar nicht, ob es in kyrillischen Buchstaben geschrieben wird. Oder hier in Fraktur. Bei der Schrift muss man dazu sagen, diese Schrift wurde unter Adolf Hitler verboten, weil sie ein Jude erfunden hat. Daran sieht man schon diesen ganzen Irrsinn. Dann wurde mir gesagt, ja, aber es ist schwarz-weiß-rot. Das ist die Reichsflagge. Ja, die Bundesrepublik Deutschland ist, wie wir alle wissen, identisch mit dem Reich. Nur Mangelsorganisation im Moment nicht handlungsfähig. Also, und wenn man all die Dinge nicht besprechen darf, was ist hier los in unserem Land? Wir müssen reden, weil sich nämlich sonst die Mythen immer weiter entspinnen. So, und ich habe gedacht, Uwe, das machst du mit dem Niggi und zieh es an. Ich hatte das Niggi, ich muss dazu sagen, das ist wichtig, ich hatte ein Jahr eine Verpflichtungserklärung eingehalten mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, alleine das Wort Verpflichtungserklärung, aber es war so, auch nachzulesen, übrigens, in meinem Buch, Wir sind nicht nachtragend, aber wir vergessen auch nichts. Ich habe also einen offenen Brief an Frau Dr. Carola Wille geschrieben und das ist insofern wichtig, weil als Kabarettist sich ein Jahr aufzuerlegen, keine Werbung auf Niggis in meinen Sendungen, keine Interviews mit Zeitungen und keine politischen Statements, damit ich meine Sendung Steimnis Welt behalten kann. so viel zur Zensur. Es war ja freiwillig. Grotesk. Es war ja freiwillig. Das ging dann bis dahin, dass ich einbestellt wurde, sitzen wir noch im selben Boot und was passiert hier und wie auch immer. Und nach einem Jahr habe ich gedacht, Uwe, jetzt ist mal die Bringeschuld aufgebraucht und dachte, es sei Gras darüber gewachsen und ich war zehn Minuten im Netz, dieses Bild, ich hatte das mit einem CDU-Stadtrat, Menschen gemacht, es gibt keine Kontaktschuld. der mich gefragt hatte und ich habe noch überlegt, mache ich das Foto oder mache ich es nicht? Dann habe ich gedacht, Uwe, du willst nie wieder Angst haben. Wie in der DDR. Wir wollen nie wieder Angst haben. Und da habe ich gedacht, weil ich jemand war, der 89 auf der Bühne war, ich bin nicht mitgelaufen. Ich war auf der Bühne 89 und habe geglaubt, dir kann nichts passieren. Und das war ein Fehler. Das war zehn Minuten im Netz, das Bild und schon wussten, also wie eine Armada, Münchner Merkur, Tagesspiegel, Bild, die wussten es alles sofort, es war eindeutig rechts. Ich zitiere, einer hat dann geschrieben, Bild-Zeitung war das, Deutschmann, ist der Mann, warum stellt er sich immer wieder selbst in die rechte Ecke? Mit mir wurde gar nicht gesprochen. Das wurde festgelegt und fertig. Und das war natürlich auch für den MDR wahrscheinlich letzten Endes ein Grund, sich nicht zu verhalten. Und das werfe ich meinem ehemaligen Sender vor, Feigheit vorm Freund. Weil ich bin ja kein Feind der Demokratie, wie es dann verkündet wurde. Ich bin eingestiegen ins Auto, nachdem ich entlassen wurde. Es war alles schon vorbereitet, Generalstab mäßig. Ich steige ins Auto und höre nach der Entlassung Frau Dr. Carola Wille. Überbringen musste sie Wolf-Dieter Jakobi die Nachricht, die sie übrigens alleine gefällt hat. Das war eine Anweisung. Der Mann ist zu entfernen. Und du machst das Radio an und da kommt, es ist richtig, dass man diesen Menschen entfernt hat. Er ist ein Feind der Demokratie. Boah. Ich habe es selber gehört. Ich habe es selber gehört im Deutschlandfunk. Also du siehst, das ist generalstaatmäßig gemacht worden. Und das Einzige, was mich ein bisschen getröstet hat, Feind der Demokratie. Feind der Demokratie. Kann man auch jederzeit ja nachhören in der, ich weiß aber nicht, wer es gesprochen hat. Da bist du fix und alle. Und ich muss dazu sagen, als ich das dann gemacht hatte mit diesem Kraft durch Freunde, schrieb mir jemand per Twitter, ich bin nicht so, also nicht mir per Twitter, sondern über die Agentur, dass ich mir keine Gedanken machen soll, weil dieses Zitat stammt von Werner Fink. Genau, daher kenne ich das. Und Werner Fink war einer der besten Kabarettisten im Dritten Reich. Ich wusste das nicht. Ich habe das unabhängig von ihm. Also da kann man mal sehen, was der Werner Fink für ein subversives Gedankengut auch heute noch hat. Das wäre genau die Analogie, weil Werner Fink hat genau an dieser Grenze, also hat immer mit Doppeldeutigkeiten gearbeitet. Es gibt dieses wirklich geniale Stück, wo er sich beim Schneider das anprobiert und jede Bemerkung dazu ist sozusagen eine Anspielung. Das ist also eigentlich genau, sage ich mal, kongenial mit, sage ich mal, mit Steinblit. Ich bin praktisch ein Wiedergänger. Und das passt auch, dass dieses Wortspiel, wenn Sie es wirklich nicht gekannt haben, sozusagen auch in Ihrem Kopf auftaucht, weil es eine gewisse Ähnlichkeit von dem Humor gibt. Lieber Herr Pullmann. Und der Humor an der Grenze, der Fink musste dann ja, also sozusagen, er ist dann auch entfernt worden, ja. Unter Göppels, hat ein Jahr im KZ gesessen. Also das heißt, er hat sozusagen, er hat die Grenze, es ging ja immer darum, da saßen Leute im Publikum und ob die Bühne gestürmt wird oder nicht. Und das hat er ausgelotet, sozusagen. Wie weit kann man gehen? Mit großer, mit kluger Frechheit, ja. und zwar mit einer sehr gewitzten, auch wieder das Wort gewitzt ist sehr schön im Deutschen dafür. Und deswegen, jetzt frage ich das nochmal, weil Fink hat genau aus dem Grund, hat er das gemacht? Also er hat es sozusagen von der anderen Seite, von der anderen Seite benutzt, um mit dieser Doppeldeutigkeit sozusagen dem, zu spielen, das Gehirn auf Bewegung zu bringen. Natürlich, natürlich. Und der Witz war, dass ich einen Hauptverantwortlichen des Mitteldeutschen Rundfunks darauf aufmerksam gemacht habe, der mir zugesichert hat, Uwe, wenn das wirklich wahr ist, dann kommst du in die nächste Riverboat-Sendung und dann werden wir mal diese Art und Weise, wie mit dir umgegangen wird, entlarven, dass das eben letzten Endes Hetze ist, dass du die eben, so, darauf habe ich mich verlassen. Ich habe dann gefragt, Entschuldige, warum ist das jetzt nicht zustande gekommen? Und dann wurde mir gesagt, es war ein Koch, der musste sein Buch vorstellen, der war jetzt wichtiger. Und das meine ich mit Feigheit vorm Freund. Carola Wille weiß, wie ich ticke. Und ich sage mal, nie wieder Krieg. Nie wieder Faschismus. Und wenn ein Linker eine Linke entfernt, ich behaupte mal, die Frau ist immer noch links, weil man entweder ist links oder ist nicht links. Das geht nicht. Punkt. Da muss ich sagen, was ist jetzt ihr wichtiger gewesen? Und dass sie überhaupt nicht geantwortet hat darauf, nicht mal auf den Brief, dass sie die 53.000 Stimmen weggefegt hat, da muss ich sagen, das geht jetzt auch nicht um ihre persönliche, dass ich sie persönlich angreifen will. Aber ich frage mich, was für Strukturen haben wir entwickelt in unserem Land, dass Macht ausgeübt wird und andere einzuschüchtern, Angst und Schrecken zu verbreiten nach dem Motto, passt auf, dass es dir nicht auch so geht. Und ich muss mal sagen, wenn ich einer gewesen wäre, dann würde ich ja noch sagen, die Schweine, die haben mich erwischt. Aber ich bin es nicht. Und das ist deshalb so gemein, weil jeder wird sich überlegen jetzt, oh, mache ich das noch mal, kann ich mir das noch mal leisten? Und das stört letzten Endes eben Gedankenfreiheit. Und Gedankenfreiheit ist die Hauptschlagader der Demokratie. Und wenn die beschädigt wird, droht der Infarkt, weil daraus entstehen Mythen, ja, der Jude, und der hat einen Impfstoff und die trinken Babyblut. Und da muss ich sagen, lass die doch alle reden. Wie heißt es bei Kleist, sprich, damit ich dich erkenne. Das sind ganz wichtige Worte. Und wir kommen nun mal vom Wort, nicht nur wir Kabarettisten, auch das Deutsche ist eine so schöne Sprache, mit der man sich klar ausdrücken kann, wenn man das möchte. Und am meisten war ich dann eben auch entsetzt, muss ich wirklich sagen, weil, und das will ich jetzt noch mal zum Abschluss sagen, weil das gärt ja alles in einem. Das geht ja, ist ja ein Prozess über ein Jahr. Ich habe auch deshalb so lange gewartet, erstens, bis ich jemanden gefunden habe, Sie, Herr Pohlmann, wo ich das Vertrauen habe, dass mir zugehört wird und dass ich mich öffnen kann, so wie ich es empfunden habe. Und dann eben auch, weil wenn man das unter Hysterie bringt, wird man ganz schnell angreifbar und Emotionen schaden der Sache nur. Aber was mich tief verletzt hat, war der Umstand, dass ich in Amsterdam auf dem Flughafen gestanden habe und den Anruf bekommen habe vom Mitteldeutschen Rundfunk und da wurde mir gesagt, Uwe, wir können die zugesagten Sendungen, das heißt, ich hatte einen Vertrag, mit dir nicht mehr einhalten, wahrscheinlich müssen wir dieses alles kippen, weil wir müssen jetzt erst mal die Intendantin schützen. Das war, bevor ich entfernt wurde. Das sind natürlich Sätze, wo du sagst, hä? Was bedeutet das denn? Ja, was bedeutet das? Ich bin ein Schauspieler, ich mache drei Sendungen im Jahr, gut, es waren die beliebtesten, hat zwar keine goldene Hände gegeben, weil das Publikum nicht entscheiden durfte, aber wir waren die beliebteste Sendung. Und dann kommt so ein Satz, wir müssen jetzt erst mal die Intendantin schützen, ich konnte mir das nicht, also so wichtig bin ich gar nicht, Punkt. Was könnte so dringend oder Schlimmes sein, dass man die Intendantin schützen muss? Das heißt, Figur auf dem Schachfeld und die Königin ist von der anderen Seite betont, aber sozusagen. und dann, ach so, dann kam noch der Satz, Spiegel und Zap-Medien, Zap, das ist vom Norddeutschen Rundfunk, sind hinter ihr her. Aber sie haben schon gemerkt, ich verrate natürlich nicht die Quelle, die bleibt zu schützen, weil jeder Mensch ist zu schützen. Und ja, dann habe ich mir Gedanken gemacht und irgendwann las ich eine Personalentscheidung in der Sächsischen Zeitung und da stand drinnen, dass der Herr Brinkbäumer heißt, der wohl glaublich, glaube ich, der Chef vom Spiegel, der auch diesen Relotius-Fall begleitet hat, also der viele Falschmeldungen und Reportagen gestalten durfte, der Chef war, ich gebe nur zu Protokoll die Fakten, der ist Programmdirektor geworden beim Mitteldeutschen Rundfunk. So, und den Rest? Aber was, wieso, ich musste mal nachfragen, wenn man sagt, muss geschützt werden, dann ist es doch so quasi geopfert für, also das heißt, wenn sie Steimle deckt, ist sie weiter unter Beschuss oder sozusagen, also wieso werden sie sozusagen zum Abschuss freigegeben, damit Frau Wille geschützt werden muss? Das ist ja noch Erklärung bedürflich. Das müsste man Frau Wille fragen. Genau. Und für mich war auch erstaunlich, dass sie sozusagen durchgedrückt hat, weil normalerweise gibt es sonst Entscheidungen und sie hat aber angewiesen, der Mann ist zu entfernen. Das wäre meine nächste Frage, ich würde erwarten. Und mit mir wurde nicht mehr gesprochen. Achso, ich muss dazu sagen, Entschuldigung, ich muss dazu sagen, ich habe nach einem Jahr habe ich gesagt, in einer Zeitung, Nordhäuser Tageblatt hat 782 Abonnenten und dort habe ich ein Interview gegeben und das war sozusagen mit einem Ausschlag, achso, und da habe ich geschrieben, dass ich mir gewünscht hätte, dass der Sender sich schützend vor mich stellt. Das war der Anlass für Illoyalität. Und wissen Sie, was mich auch stutzig macht? Dass die ganzen Entscheidungsträger dort im Sender mit weder mich angehört haben, noch mit mir gesprochen wurde. Es waren ja immer Einschüchterungsversuche, man gibt der jungen Freiheit keine Interviews, wo ich auch sage, wo leben wir? Wir müssen Brücken bauen, wir müssen im Gespräch bleiben. Ja, das ging so weit, dass man sich entschuldigt hat bei mir. Man hat ja erst gesagt, es sei eine Nazi-Zeitung, dann stellte man fest, nee, hätte so auch in der jungen Welt stehen können. Und das, ich sage das deshalb, dieses Beispiel an mir, weil es symptomatisch steht für eine ganze, ja, für eine ganze Zeit, in der wir leben. Verdächtigungen, Unterstellungen, Mutmaßungen und ich denke immer, der Mensch beweist sich durch die Tat. Ich habe niemanden, ich wollte zum Denken anregen, ja, und natürlich auch provozieren und mir tut es unendlich weh, dass ich nicht mehr das durch die Lande reisen darf im Auftrag der Zuschauer und wenn der Zuschauer wirklich der Souverän ist, weil wir bezahlen die Gebühren, Frau Dr. Wille, damit Sie 400.000 Euro im Jahr haben und Sie sagen können, weg, interessiert mich nicht, weder die Stimmen noch die Leute, die das geschrieben haben, dann muss man sagen, hat das mit Demokratie nichts mehr zu tun und auch nicht mit Staatsferne. Staatsferne als Anforderung an den Rundfunk, die es bei, sozusagen nach dem Bundesverfassungsgericht gibt. Ich will aber noch mal rein, Kabarett ohne diesen Spiel mit Worten, ohne diese Mehrdeutigkeit, ohne das Berühren von Nerven, wo es dann auch zuckt, also das geht doch gar nicht. Also das heißt, das, was gefordert wird, ist eine Eindeutigkeit der Sprache, die für den politischen Kampf benutzt wird. Das ist Faschism. Ja, und sozusagen das Spielen. Ich weiß, was du denkst. Furchtbar. Und das, sozusagen die, auch Loyalität oder überhaupt dieses Abprüfen und zu sagen, hat sich nicht distanziert von, das wäre ja gerade, also wie gesagt, ich rufe dann dazu auf, sich Sachen von Werner Fink anzugucken, weil es eine große Ähnlichkeit gibt in so einer Zeit der Bedrohung. Es gibt aber eine Sache, ich habe mir also Steimles Welt auch angeguckt und insbesondere nach dem Rausschmiss und da gab es eine Szene, wo ich dachte, was ist denn das? Und zwar war das mit den Asylanten, die die Forellen rausklauen und hinter den Al-Ka-Ka-Kacken und den war ich aber wirklich, es ist nicht so, dass ich dachte, aha, jetzt ist das wahre Gesicht, sondern ich habe es nicht verstanden. Warum ist das, warum war das in der Sendung drin? Ich sage es Ihnen. Wenn wir ja eben aufräumen, dann ist das, ich glaube, das könnte auch heilsam sein. Also wir haben mal festgelegt, es darf alles gesprochen werden, wenn wir drehen und ich mache dann sozusagen, wird mir das gezeigt dann und ich mache dann die Endabnahme für mich und sage, das kommt raus und das bleibt drin. Und ich finde bei den Amerikanern toll, wenn die drehen, dass man, wie gesagt, ich bin auch Schauspieler, die laufen, dann läuft man und dann schaltet sich die Kamera dazu. und wir haben Geigel gemacht, ich sage es jetzt wirklich mal, Geigel, Micha und ich, weil uns erzählt wurde in Mülsen, dass die Leute das so gemacht haben am Fluss. Die haben eben erzählt, dort die Leute, dass dort die Ausländer, die Syrer, die mit dem Stromkabel alle Forellen getötet haben. Und wenn man sich das anhört, es ist ja schon kolportiert, lächerlich gemacht, wenn du so willst, ist auch kommentiert. Und ich habe gesagt, als Geigel, bis hierher sind sie noch nie gekommen. Was meinst du denn jetzt? Und als ich das dann gesehen habe, also wir sagen immer ranquatschen, damit man reinkommt. Und als ich es gesehen habe, für mich in der Abnahme, habe ich gesagt, das schneidet er bitte raus, das ist missverständlich. Es könnte sein, dass es Leute gibt, die sagen, ja, so ist er, jetzt haben wir ihn. Hat die Redaktion gesagt, lass es drinnen, das kann niemand glauben. Moment, die Entscheidung gab es von der Redaktion? Die Entscheidung haben gesagt, lass es drinnen, das ist so lächerlich. Es ist gelaufen, die Leipziger Volkszeitung, am nächsten Tag, da läuft die Schnecke von rechts nach links, ist das schon die Botschaft? Also, wo man denkt, sag mal, was passiert hier eigentlich? Wir haben ganze Sendungen gemacht, nur über das Thema Frieden. Ich habe Justin Sonder, Gott habe ihn selig, er ist jetzt letztes Jahr gestorben, Auschwitz-Überlebenden. Ich bin zwei Jahre dem mitteldeutschen Rundfunk hinterher gerannt und habe gesagt, solange es Menschen gibt wie Justin Sonder, habt ihr das zu filmen? Das hat überhaupt nicht interessiert. Ich habe es dann selber gemacht. Ich sage das jetzt nicht, weil ich mich reinwaschen will, aber ich finde diese Infamie, diese, ein Sender hat auch seine Angestellten zu schützen. Und ich finde das einfach, da fehlen mir die Worte. Deswegen bin ich auch so enttäuscht von diesen Mitläufern, die alle sagen, naja, lass mal, da komme ich nicht mehr mit. Das ist mir, da habe ich Angst, richtig. Ich will da nochmal dahin, weil, also, ich habe von Ihnen viel gesehen. Also sozusagen, wenn Sie aufgetaucht sind im Fernsehen, wenn ich es bemerkt habe, dann habe ich mir das angeguckt, weil mir genau diese, sozusagen dieses, wie soll ich das sagen, widerständig gewitzte, ich suche jetzt immer nach Worten dafür, sehr gut gefallen hat. Und ich dachte auch immer, ich hatte sie ja erlebt, ich hatte sie angesprochen, auf dieser, Sie werden sich nicht erinnern, also ich wollte das loswerden. Oh ja, doch. Nee, nee, das war einer von vielen, aber da habe ich gemerkt, ich hatte sie so ein bisschen beobachtet und habe gesehen, der redet mit allen gleich. Das ist jetzt egal, ob da die Garderbiere ist oder der Produzent, sozusagen. Das fand ich, das ist eine Sache, die mir als Wessi in der DDR aufgefallen ist, dass die Sekretärin einen freundlichen Kaffee angeboten haben, aber nicht unterwürfig. Das gefiel mir gut. Es war eine andere, sozusagen, wenn man was arbeitet, dann ist man, sozusagen hat man das Recht, auf seiner Seite als Person darzustehen. Das ist nicht so hierarchisiert, wie es im Westen untergründig der Fall ist. Also wo, okay, wo das so ein eher Hofgutverhältnis ist. Aber da hatte ich das gesehen und dann habe ich das sozusagen, war das immer so, dass ich dachte, okay, da kann ich was verstehen, quasi so ethnografisch. Ich lerne den Ossi kennen. Ja, und zwar in Neugierde, nicht in Beurteilung, sondern sozusagen durch diese, durch den Humor, der ja auch vielschichtiger ist und mehr zu erkennen gibt als zum Beispiel eine wissenschaftliche Abhandlung oder ein journalistischer Text, der eben eineindeutig ist. Also gerade dieses Uneindeutige ist ja etwas, was so ein bisschen Farbe, Geruch, Geschmack transportiert, die man in dem Text nicht hat. Da ist nur schwarz-weiß. Wo ist was zu entdecken? Wo ist was, genau. Also da kriegt man sozusagen, und dann dachte ich, wie kann jemand auf die Idee kommen, dass Steimle etwas anderes ist als ein Linker? Also sie sind für mich ganz klar definierbar von den Witzen ein linker Humanist, also von der Einstellung. Und dann fragte ich mich, wie ist dieser, und der Angriff kommt ja noch von links. Also das heißt, das sind von Leuten, die sich selber als links deklarieren und dann gibt es so eine Aussage wie, Frau Wille muss geschützt werden und die Angriff kommt aus ZAPP, also aus dem NDR. Wo ich übrigens ja auch mal 15 Jahre lang beim Norddeutschen Rundfunk den Hauptkommissar spielen durfte. Das ist doch alles merkwürdig. Also das heißt, das sind doch so, sag ich mal, politische Grabenkämpfe, wo gefordert wird, dass man sich in einem Schützengraben aufhält und sie kommen jetzt an quasi als, sag ich mal, Spitzwegfigur mit einem Schmetterlingsnetz und tänzeln zwischen den Gräben umher und dann kommen Leute, die meinen, der kommt von da drüben, der muss jetzt abgeschossen werden, so ungefähr. Also ihrer Leichtigkeit wird mit Brutalität begegnet. Das ist ja eine ganz merkwürdige Angelegenheit und die dann auch, also auch in so etwas, wenn man jetzt noch hört, die Redaktionskonferenz hat das entschieden. Also woher kommt dieser Drang, sich des Problems, des Angriffs zu entledigen, indem man sie nach vorne schiebt als zutreffendes Objekt? Also so nach dem Motto, als lebendes Schutzschild für Frau Wille. Was ist denn der Angriff auf Frau Wille gewesen? Also ich muss noch mal, das weiß ich nicht. Das muss man, und sie sollte sich dazu mal verhalten. Ich bin ja nicht Frau Wille. Dann werde ich da mal nachfragen. Sie haben schon recht. Nein, aber etwas anderes ist interessant. Nämlich die Tatsache, die Meinungshohlheit. Also wir sagen, wie es war. Und jetzt bin ja selbst ich noch in, wie gesagt, einer Überlebender der Wende, sage ich jetzt mal. Ich bin auf der Bühne gestanden, 19, am 4. Oktober und dann auch noch mal in den ganzen Wirrezeiten, 89 in der Scheune, FDJ-Bühne und bin dort aufgetreten und die Leute waren klatschnass vom Wasserwerfer und ich bin immer eingetreten bis zum Untergang meines Vaterlandes DDR. Eine Nation, heute will ja, die Nation wird ja oft gelöst. Dabei behaupte ich, die Nationen sind die, die den Frieden bringen, weil die wollen nur das eigene Territorium. Angst habe ich vor der Globalisierung. Denen ist alles egal. Oder den Imperien dann, ja. Den Imperien, genau. Und ich wollte, ich sage es nochmal, einen demokratischen Sozialismus, von dem träume ich heute noch. Wenn wir jetzt mal an die Bundestagswahl denken, an die zukünftige, haben wir die Option Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün. So, und wir merken ja, dass die Ressourcen zu Ende gehen. Das war auch der Ausgangspunkt unserer gemeinsamen Hirnwanderung. Immer, wenn Systeme im Wanken sind, machen sie alles falsch und damit alles richtig. Also die Ökonomie sinkt hier und die ökonomischen Parameter stimmen nicht mehr. Wir haben schon im Jahre 2019 Hunderttausende Autos auf Halde produziert. Ein Glück, dass jetzt Corona kam. Also was wir hier erleben, ist eine Kapitalismus- Insolvenzverschleppung. Dramatischsten Ausmaßes. Das System ist am Ende, es lebe das System. Und jetzt werden aber die Spuren verwischt. So nach dem Motto, wie das die weißen Indianer gemacht haben, ja, mit ihren Mokkasins. Die hatten so Bändeln dran. Und beim Laufen haben die die Spuren verwischt. Und es soll niemand dahinter kommen, wer das hier verursacht hat. Ich muss dazu nochmal sagen, wir haben hier so eine Blase von ja, von irgendwelchen Sachen, die aufgebaut wurden. Geld und Bitcoin und hu hu hu. Nee. Wir haben so viel produziert, dass uns den ganzen Quatsch keiner mehr abkauft. Und wir müssen überlegen, wie wollen wir weiterleben. Deswegen ist es das Schlimmste, wenn wir mit dieser Globalisierung weitermachen. Daran sehen Sie auch, gucken Sie mal, Frau Glöckner sagt, es interessiert mich nicht, ob deutsche Bauern dieselben Parameter einhalten, wie die aus der EU oder aus Peru. Nee. Die hat erstmal die deutschen Bauern zu schützen, nicht weil sie deutsche Bauern sind, sondern auch das, sondern weil sie, weil diese Bauern kurze Lieferwege haben. Und wir müssen heute daran denken, dass wir im Februar keine Erdbeeren aus Peru brauchen. Und insofern hängt alles mit allem zusammen. Ich wünsche mir einen demokratischen Sozialismus. Warum soll ich davon nicht träumen dürfen? Und ich staune immer mehr, mit welcher Hass. Ich will jetzt nicht sagen, die Grünen, die Linken, weil es gibt es nicht. Es gibt überall fantastische Leute, die dir zuhören und die gibt es in jeder Partei. Und ich plädiere einfach dafür, locker bleiben, anhören und nicht urteilen, der ist so und der ist so. Nicht wegen mir, wegen mir auch, aber nicht vor allem wegen mir, sondern es wird sonst immer schlimmer. Und davor habe ich einfach auch Angst, dass das immer weiter sich dreht und ja, und dann irgendwann die Waffeln sprechen. Und das kann doch niemand wollen. Ich sage immer, je hasserfüllter mir begegnet wird, umso weicher versuche ich, rüber zu kommen, weil es muss ein Ausgleich da sein. Und insofern wünsche ich mir auch mal, wäre vielleicht auch ein gutes Zeichen für die Demokratie in unserem Land, wenn man sagt, wir haben einen Fehler gemacht, wir holen den nochmal ran, wir sprechen mit ihm, nicht im Interesse, Sie wissen ja, wie es gemeint ist. Aber das wäre auch ein gutes Zeichen, dass man sagt, vielleicht noch, ich war jetzt über ein Jahr nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ich plädiere übrigens fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, wenn ich immer höre, das können die Privaten besser, nee, das können die nicht. Machen Sie nicht besser. Nee, überhaupt nicht. Also ich plädiere dafür. Auch, dass man ökonomisch unabhängig ist. Ich plädiere dafür, das öffentlich-rechtliche Fernsehen bis zur Funktionsfähigkeit zu reformieren. Also da fehlt es noch. Wir haben, das, was Sie gerade beschrieben haben, geht ja auch in die Richtung. Aber mir fällt immer etwas auf, also sozusagen, ich wohne ja nun quasi direkt an der Grenze zwischen Ost und West in so einer Gemeinde, die auch noch halb halb ist. Ich merke immer noch einen Unterschied, also ein Erstaunen von Ostdeutschen über die verwinkelten Züge, die im Westen üblich sind. Also das ist sozusagen eine Art von, das scheint mir, gab es nicht. Ich habe so den Eindruck, ich weiß es nicht, aber das ist, finde ich, eigentlich interessante Themen zum Besprechen auch, dass es brachial war mit in der DDR, mit sozusagen dem, ich kenne das von Leuten, die dann vor Komitees gezogen wurden und wurde mit ihnen geredet. Und im Westen ist das so, dass man in den Raum reingeht und dann geht man raus und das merkt man gar nicht. Man ist mit Rasierklingen oder Rasiermessern bearbeitet worden und der Arm fällt ab. Aber wenn man drin war, hat das, man ist doch gar nicht, weißt du was? Und dann auch, dass zum Beispiel, dass sie das Gespräch suchen. Also da muss man doch mal drüber reden können. Also das, ich kriege so viele, wenn ich jetzt... Mit offenem Visier kämpfen. Ja, das ist aber gar nicht so sehr kämpfen, sondern sozusagen, warum nicht bei einem Bier? Diese Frage habe ich schon öfters gehört. Warum kann man sich nicht sagen, Moment, wir haben da ein Problem, lass uns mal zusammensetzen bei einem Bier und drüber reden. Oder überhaupt also dieses, diese Erbarmungslosigkeit im Niederkämpfen, wenn man meint, etwas etikettieren zu können und zu sagen, das ist ein Kryptorechter und ich suche jetzt nach jedem Indiz, das ich benutzen kann, um zu sagen, an dieser Stelle hat er sich verraten, ich habe es entdeckt und jetzt kommt sein wahres Wesen zum Vorstand, das ist diese Schnecke von rechts nach links, also wo es dann Absurdistan wird, das ist wie die Hexenprozesse im Mittelalter. Was ich denke und tue, traue ich anderen zu. Projektion in der Psychologie, aber ist da, also ich will Ihnen, das ist jetzt keine konkrete Frage, sondern diese Ecke, da ist irgendwie so ein Unterschied im Rangehen Ost und West und die, es gibt so eine spezifische, also das, was Sie jetzt erleben, auch der Angriff, aus welcher Ecke er kommt. Also man müsste ja erwarten, dass Sie, sage ich mal, eigentlich von rechts behakt werden, ja, weil Sie machen die ganze Zeit sozusagen so komische Scherze, auch das, ich meine, ich kenne Ihre Parodie auf Erich Honecker, wo ich auch dachte, das ist ja auch nur halb zum Lachen. Ich habe sehr gelacht, aber dann kommt so mit Zeitzünder kommt, ach ja, guck mal, der Virus neuen Typs und so die Reise, also sozusagen die Abschaffung der Reisefreiheit, das hat ja sozusagen einen Hintergrund, wo man eben auch wieder spielerisch an einen Punkt kommt, der durchaus schmerzhaft ist dann, also zu sehen, also bis dann. Und das habe ich schon vor einem Jahr gemacht. Also, und ich denke ja schon mal, wir waren in der DDR, auch wenn das platt und blöde klingt, in vielen Punkten schon mal viel weiter. Also auch, also auch, dass es diese, diese Auseinandersetzung bei allem, ne, was es da gab und Schlimmes und Furchtbar bis hin, dass man verschwinden konnte, darf man ja auch nicht ganz vergessen, ne, aber das Hauptargument ist eben vor allem Angst. Angst. Die Leute werden, mit dem Virus ist es doch genauso, steck dich nicht an, pass auf und, äh, ja, und Angst ist letzten Endes kein guter, alleiniger Ratgeber fürs Leben. Dann scheint mir auch noch etwas, dass die Ironie, also wenn man, ähm, seit Heines Zeiten für die Deutschen ein Fremdwort. Scherz, ja. Ja, aber das ist etwas. Ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, das kann doch gar nicht sein, wir sind doch, weil ich immer darauf vertraue, dass der gegenüber, mir gegenüber, mein Publikum mindestens so klug ist wie ich. Darauf habe ich immer, habe ich immer geglaubt, gehofft. Ich habe dann irgendwann, die Steigerung davon war dann, Niki, das habe ich aber heute nicht an, da steht dann drauf, alles Nazis, außer Mutti. Ich glaube, das wäre dann der finale Schuss gewesen. Und das hat übrigens mein Freund, Uwe Chubala, der hat das gleich als erstes angezogen und hat gesagt, und für die Mutti will ich gleich noch eins mit dazu. Und das finde ich, also wir sind einfach ohne locker. Das sind andere, zehnmal locker. Ich war sogar in Israel, mit meinen Freunden, und wir haben das dann auch mal im Rabbi gezeigt. Wissen Sie, wie entspannt die sind? Also, wo ich auch immer denke, sind wir denn hier von allen guten Geistern verlassen? Der hat, also der Rabbi, der war sowas von, wenn Sie dem was gefragt haben, der wusste, zu Karl Marx, da ging der in seine Bibliothek, oben rechts, mit der Band, links, Entschuldigung, links, und holte das Buch raus. Das wusste der alles, das war, die sind auch, also großartig, herzlich, weite Herzen. Und dann haben wir ihn irgendwann gefragt, nach der Adresse von seinem Sohn, da hat er eine Viertelstunde gesucht. Herrlich. Das finde ich herrlich. Ja. Ach, und ich, trotzdem bleibe ich dabei, es wird letzten Endes noch alles gut werden. Ich will, bevor es alles gut wird, um das zu verhindern, nochmal, die Ironie, also mir scheint es auch so, es, sozusagen, das Überleben in der DDR, wenn Sie das von den Juden erzählen, das gibt es eine Ähnlichkeit. Also der Humor ist eine Abwehr gegen die Realität. Also man hat eine Realität, die übermächtig ist und die Möglichkeit, die man hat als Unterlegener, ist, den Humor einzusetzen, um sozusagen nicht drunter zu stehen, sondern sich ein bisschen drüber zu erheben. Ja, auch mit dem Schmerz fertig zu werden. Also der Humor ist ja sozusagen eine Distanzierung und das ist auch immer ein guter Indikator. Also Diktaturen ertragen keinen Humor. Diktaturen ertragen keine Doppeldeutigkeit. Diktaturen haben es mit dem Kabarett schwer. Was Sie gerade sagen, Entschuldigung, faszinierend ist, früher kam die Humorlosigkeit von rechts. Jetzt kommt sie sogar schon von links. Genau. Das ist doch irre. Also fehlt den Herz. Ich behaupte, für mich ist ein linker, erischer Linker, so wie ich ihn kenne, verstehe, liebe, ist einer, der mit dem Herzen denkt. Das ist für mich links. Erinnert er, er das nur macht, weil die Gesetzmäßigkeiten, und er hat gesagt, das wird totalitär, das wird nicht. Wir müssen die Leute mitnehmen. Und wenn wir ins Hier und Heute gucken, ich kann nicht nur, ich kann nicht nur sagen, das Nationale weg, ich muss auch einen Ausgleich schaffen, zwischen international und national, zwischen draußen und hier. Der Mensch ist nun mal so, dass er zuerst die Scholle, und an sich denkt und dann, wenn es ihm einigermaßen gut geht, auch an andere. Und das ist nun mal so. Da kann man jetzt nicht sagen, ei und schlimm und vorschbar. Und ich bin links erzogen, apropos, weil Sie das gerade sagen, die Entwicklung des Gedankens beim Sprechen. Ich habe vor drei Tagen Reinhold Andert getroffen. Kennen Sie Reinhold Andert? Nein, kenne ich nicht. Das ist der Mann, der mit Erich Honecker die Gespräche geführt hat. Der Sturz ist der Einzige, mit dem Honecker gesprochen hat. Ah, okay. Reinhold Andert lebt in Berlin, ist jetzt 76 Jahre und ich, das wollte ich sagen, ich habe immer gehört, als junger Mensch, Fleetwood Mac, Tangerine Dream, Supertramp und Reinhold Andert. Reinhold Andert, ich weiß noch, da habe ich auf meinem Mr. Hit-Plattenspieler, 150 Mark kam der, kam aus Polen, rot-schwarz und der hat ein wunderbares, der kommt aus der Singebewegung und der hat ein wunderschönes Lied geschrieben damals, das habe ich heute noch im Ohr. So bin ich linker geworden. Man fragt sich ja immer, wie bist du links geworden? Und der hat dieses wunderschöne Lied gesungen, es wird kommen, ein Tag schwere Arbeit auf dem Feld in der Schule im Schacht, denn in allen Ländern der Erde hat die Arbeiterklasse die Macht. Und das ist so herzlich, so einfach, so rein. Da habe ich gedacht, bei dem bleibst du. Und wir sitzen heute in Connewitz, Hochburg, der Linken. Wo man ein bisschen Angst vorhaben muss mittlerweile. Ich habe keine Angst vor. Es ist auch noch mal... Ich muss auch mal sagen, ich verstehe auch junge Menschen, die sagen, hier wird nur gequatscht, es wird kein Wohnraum für Leute geschaffen, die alternativ sind. Muss ich sagen, habe ich ein Verständnis dafür. Wir reden hier der Kampf gegen rechts. Ich behaupte, der mit Sicherheit zu führen ist, keine Frage, überhaupt alles Totalitäre, aber gegen alles Totalitäre. Aber würde diese Regierung mal anfangen, wirklich sozialen Wohnungsbau wieder zu betreiben, den sie ja 89 komplett eingestellt hat, hätten wir weniger Probleme mit Auswüchsen aller Couleur. Weil eine Wohnung, ein Heim, eine Heimat ist was ganz Wichtiges für jeden Menschen. Und wenn du diese Grundsorge nicht mehr hast, dann wirst du auch nicht so extrem. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Das wäre ja der Vorwurf an die Linken, also die Westlinken, die jetzt Individualrechte ganz hochheben und alle gesellschaftlichen Fragen, die ja originär sind für links, also das heißt, das gesellschaftlich auch zu betrachten, sozusagen beiseite stellen und dann auch, also zu dem Humanismus gehört ja auch aus meiner Sicht zumindestens fünfe gerade sein lassen zu können. Also zu sagen, leben lassen als allererstes mal. Also leben, leben lassen, aber ganz wichtig und dass man, also sozusagen immer, gibt es so ein schönes Bild von Exilperie, also der, wenn jemand Krieger werden muss in einem Zweiter Weltkrieg jetzt, also sozusagen der Familienvater, der das werden muss, aber wieder zurückgeht. Also dass sozusagen beide, also nicht zum Berufssoldaten wird, sondern sozusagen dieses ertragen muss jetzt und leisten muss, aber er ist es nicht. Es ist nicht sein Wesenskern. Und dann ist auch noch mal, ich wollte auch noch mal, das scheint mir auch so ein Unterschied zu sein, ich kenne keinen Menschen mit DDR-Vergangenheit, der nicht bei pathetischen, also ich kenne keinen, vielleicht gibt es sie eher, also der bei pathetischen Ansprüchen, also wie immer sie genannt werden, nicht ironisch wird. Also das ist was wie so eine Grundimmunisierung, wenn man jetzt quasi mit einer großen Idee durch die Manege geführt werden soll, dann sagen die Ost-Zirkus-Pferde, irgendeine sozusagen, eine kommt eine ironische Bemerkung, während auch bei den linken Wessis dann sozusagen der Kampfwelle mit durchkommt. Also wie sowas, man muss jetzt, man muss den MDR von Steinbein säubern, weil man dann sozusagen damit einen imaginären braunen Schmutzfleck entfernt hat. Also das ist ja so. Zu viel Rotlicht macht braun. Aber das ist ja noch nicht mal links. Also wenn ich sehe, das ist ja, also mich regt das auf, weil alles, wofür man gestanden hat in dieser Entwicklung, wir haben am Anfang geredet über diese Berufsverbote, das ist ein schmerzender Punkt gewesen. Also das heißt, dass in einer, in dieser Brandregierung das möglich war, dass man so damit umgeht. Also quasi als, wie ich sagte, Leckerli für die damals konservative Seite, das war ja eine andere CDU, als sie heute ist. Das hat sich sehr geändert. Die Grünen waren auch in den 70er, Ende der 70er etwas vollkommen anderes. AfD ist heute die CDU. Und das ist, genau, das hat sich so in diese Ecke verschoben. Aber das ist, wie ist es denn von der linken Seite? Also das heißt, Sie waren ja mal vorgeschlagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, als Wahlmann für die, gerade für den Bundespräsidenten. Ja, nicht nur vorgeschlagen. Ich war, ich war, da habe ich übrigens Justin Sonder kennenlernen, dürfen. Wir wollten den Peter so dann zum Bundespräsidenten machen. Und ich war Wahlmann da, der Linken. Ja, und ich habe auch heute noch zu vielen Linken, also die normal in der Birne sind und im Herzen ein gutes Verhältnis. Ja, und wie ist das mit der praktischen Solidarität? Also hat sich, es ist ja so, in so einem Moment wird es ja wichtig, dass Leute kommen und sagen, eigentlich, tickt ja noch richtig, sozusagen Uwe Steinbe, rechts, gute Wässerung. Ich bekomme jetzt eher Unterstützung von, ach Quatsch, nee, 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 es gibt ein schönes Sprichwort und das gilt für alle Religionen. Der Mensch beweist sich durch die Tat. So, und solange ich reinen Herzens bin, ich gebe mir natürlich insofern, nee, ich gebe mir keine Schuld, weil ich wurde ja, mittlerweile geht es ja so weit, dass manche Journalisten sagen, nee, aber warum hast du dich denn nicht geäußert? Ich wurde gar nicht gefragt. Also das ist schon irre. Die haben jemanden, übrigens der Ausgangspunkt, als ich gejagt wurde, war, wenn wir eben mal dabei sind, machen wir jetzt eben mal reinen Tisch, das war bei der Veranstaltung 2015 Mitternachtsspitzen und ich auf der Bühne gesagt habe, wieso zetteln die Israelis und die Amerikaner die Kriege an, siehe Syrien, und wir hier als Deutsche dürfen das bezahlen. Genau. Ab dem Moment war ich Und es gab diesen Beifall, ich habe es gesehen damals. ich war vogelfrei, also ich hatte die Reichsacht bekommen und hinterher Apropos, nach der Sendung kamen die Redakteure, die Chefs von WDR, Uwe, das war so großartig, wir haben diese Marionette Aslomka, die ist genau uns, der hatte mit der zusammengearbeitet, ein Dorn im Auge, wunderbar, wir bieten dir an, jeden Monat kannst du hier mit bei uns auftreten, du wirst im Team mit oder zumindest öfter hier eingebunden. Irgendjemand schrieb dann in der Zeitung Antisemitismus feiert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Urstände und ich gebe zu, es war ein großer Fehler, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht, das Argument war, Israel zettelt keine Kriege an, sondern reagiert, wenn es angegriffen wird. Und ich habe das deshalb gesagt, wieso zettelt Israel die Kriege an? Damals, weil bei der Intifada 2014 haben israelische Kampfhubschrauber Krankenhäuser bombardiert in Palästina und für eine Demokratie habe ich gedacht, und da stehe ich heute noch dazu, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch keine Demokratie sein, die mit Raketen Krankenhäuser, das ist unwürdig, deshalb habe ich diesen Satz gesagt. Was ich nicht wusste, ist, dass es Menschen gibt, die bewusst Granatwerfer in Krankenhäuser stellen, um sagen zu können, seht her, die Demokraten zerstören das. Also so weit war mein Hirn nicht, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich bin aber nie in irgendeiner Art und Weise jemals, konnte ich das korrigieren. Alle haben gesagt, Uwe, sobald einmal das Wort Antisemitismus auftaucht, abdecken, schweigen, nichts sagen, du bist ein toter Mann. Und da muss ich sagen, solange ich lebe und reinen Herzens bin und ich bin kein Antis, gut, andererseits können Sie gleich wieder sagen, ja, wie willst du beweisen, dass du es nicht bist? Deswegen sage ich eben, der Mensch beweist sich durch die Tat. Aber unser Umgang generell, wie wir miteinander umgehen, das ist atemberaubend. und gerade weil wir immer noch, glaube ich, zu großen Teilen in einer Demokratie leben, sollten wir alles dafür tun, um anderen die Möglichkeit zu geben, sich äußern zu können und auch wenn er mal was falsch gesagt hat, dass er das korrigieren kann und sich durch die Tat wieder beweisen kann, dass er Mitglied der Gemeinschaft ist. Aber diese Zerstörung von Gemeinschaft, dieses Besinnen auf nur noch ich, 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 um nur einige zu nennen, es geht ja bis dahin, bis hin, dass man auch die Familie zerstört, letzten Endes. Also jetzt ist, ich wollte schon fast kommen, als wir hier angefangen haben und sagen, ich liebe eine Frau. Ja, das macht mich wahrscheinlich schon verdächtig. Ich bin also weder Transgender noch schwul noch lesbisch. Vielleicht wäre ich es morgen. Verstehen Sie, ich habe gegen all diese Sachen überhaupt nichts. Aber ich, es interessiert mich gar nicht. Also, hier verschiebt sich alles und wir müssten viel, viel mehr offen darüber reden und eben auch mal so eine Talkshow, die es beim WDR gegeben hat, die habe ich nicht gesehen, aber offensichtlich war die streitbar, sonst würden sich nicht die Leute erregen darüber. Aber darum geht es doch. Lasst uns reden, lasst uns erkennen beim Sprechen und dann hoffentlich noch durch die Tat. So, nun habe ich alles gesagt. Denken beim Sprechen ist auch ein Kennzeichen von freier Rede. Absolut. Also, wenn man in der Lage ist und nicht vorher überlegen muss und nicht... Doch, lieber Herr Pohlmann, ich denke, man sollte immer überprüfen, muss ich das jetzt sagen, ist das jetzt... Das sollte man schon. Auch, um eben nicht andere zu verletzen oder, ja, zu verletzen. Weil ich habe nochmal gesagt, Worte können oftmals mehr verletzen als Waffen. Aber vielleicht können wir das noch sagen und dann habe ich für die nächsten zwei Jahre keinen Interviewbedarf mehr, weil ich habe alles gesagt. Ich fand, das habe ich mal gesagt und das bin ich eigentlich ganz stolz auf mich. Ich habe gesagt, eine Gesellschaft, weil ich auch versuche zu abstrahieren, eine Gesellschaft, die anfängt, ihre Kasper zu köpfen, da liegen die Nerven blank. Sehr gut. War das ein Schlusswort? Das war ein Schlusswort. Kostet 3,70 Euro. Kostet 3,70 Euro.